Hi, hier ist wieder Chris und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr mit Excel eine CSV-Datei importieren könnt. Da gibt es ja mal verschiedene Möglichkeiten, so etwas zu bewerkstelligen. Aber ich werde das so machen, dass wir einmal eine verknüpfte CSV-Datei haben. Das heißt, wenn sich die Ursprungsdatei ändert, dass sich das bemerkbar macht, also in unserer Tabelle sozusagen. Und wie man später diese Verknüpfung auch löschen kann, falls man das gar nicht möchte. Die meisten würden jetzt wahrscheinlich über das Öffnen-Symbol oder Datei öffnen, hier die Datei importieren. Ich mache das ein bisschen anders. Ich gehe auf Daten und wähle mir hier aus Externe Daten abrufen, also aus diesem Bereich, einfach dieses Symbol aus und zwar aus Text. Der Dateimanager öffnet sich sozusagen und ich kann mir jetzt meine Datei auswählen, also die CSV-Datei. Aber wie gesagt, das funktioniert auch mit anderen Dateien, also es gibt auch TSV-Dateien. Da heißt das sozusagen Tabulator-Separierte Variante sozusagen. Also da sind die Werte innerhalb der Datei halt durch Tabulator getrennt und bei CSV sollte es eigentlich Komma oder Semikolon sein. Aber ich habe auch CSV-Dateien schon gesehen, die auch mit Tabulator getrennt sind. Also eigentlich ist das völlig egal, nur der Inhalt, der wird jetzt gleich von uns sozusagen aufgesplittet. Wer das jetzt nicht sehen sollte, falls der eine oder andere jetzt eine TSV-Datei hat, der kann hier das auswählen, indem er jetzt auf alle Dateien geht und dann wird auch die TSV-Datei angezeigt. Ich wähle mir jedenfalls diese CSV-Datei jetzt hier aus, gehe auf importieren und bekomme dann hier so einen Assistenten angezeigt mit drei Schritten sozusagen. Und bei uns ist erstmal wichtig, wenn das alles momentan natürlich so aussieht, wir wollen das ja alles trennen, dass wir natürlich auch sagen getrennt. Und zwar mit den einzelnen Trennzeichen wie Komma, Tabstops, es gibt Doppelpunkte, es gibt Sternchen und so weiter. Aber wie gesagt, wir wollen das einfach selber trennen, also soll das getrennt werden. Bei mir ist das so, die Daten haben Überschriften, das wähle ich mir hier auch aus. Und ihr könnt natürlich den Dateiursprung ebenfalls noch eintragen, aber bei mir passt das schon mit Windows an sie. So, wir gehen jetzt einen Schritt weiter, ich klicke hier einfach rauf und jetzt haben wir die Möglichkeit zum Beispiel einzustellen, wie die Daten getrennt werden sollen. Ich nehme das mal hier kurz weg, dieses Tabstop, bei wem das jetzt zum Beispiel so aussieht, der muss natürlich erstmal schauen, ja was sind denn überhaupt die Trennzeichen. Also man erkennt das ja im Prinzip, bei Vorname und Nachname sieht man jetzt hier gar nichts, also ist da auch kein Komma, kein Semikolon, kein Doppelpunkt. Also kann das im Prinzip nur ein Leerzeichen sein oder ein Tabstop. Leerzeichen probieren wir aus, funktioniert nicht, also Tabstop. Und genau das sind sozusagen die Trennzeichen. Und ihr seht, das wurde jetzt alles schon aufgesplittet. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche anderen Zeichen habt, könnt ihr zum Beispiel auch sagen, okay, wenn ihr zum Beispiel ein Sternchen habt, könnt ihr das hier oben nicht auswählen. Also sagt andere und trägt dann zum Beispiel das Sternchen oder Plus oder Sonstiges entsprechend hier ein und dann wird das ebenfalls hier aufgetrennt. Wir können jetzt schon wieder einen Schritt weiter gehen. Also wie gesagt, hier wurden die Zeichen sozusagen aufgetrennt. Hier könnt ihr zum Beispiel auch sagen, aufeinander folgende Trennzeichen als ein Zeichen behandeln. Das ist überhaupt gar kein Thema. Und hier haben wir zum Beispiel, manchmal ist es so, dass zum Beispiel innerhalb der, wie soll ich sagen, zum Beispiel bei Datenbanksystemen ist es sehr oft, dass zum Beispiel die Werte in Anführungszeichen stehen. Also dementsprechend kann man hier zum Beispiel nochmal festlegen, dass es hier so eine Art Anführungszeichen zwischen den Spalten gibt sozusagen, wo das eingeschlossen ist. Also wie gesagt, auch das ist alles möglich. Wir gehen jetzt auf jeden Fall einen Schritt weiter und ihr seht, jetzt haben wir schon die einzelnen Spalten hier, die können wir auch auswählen. Und wenn wir zum Beispiel jetzt sagen, wir wollen gar nicht alle Daten in der Tabelle jetzt haben, dann können wir diese zum Beispiel teilweise eben überspringen oder eben nicht importieren. Und wenn wir hier etwas auswählen, was nehmen wir zum Beispiel, das Einkommen interessiert mich zum Beispiel gar nicht oder so, dann kann ich hier die Spalte auswählen und sage, Spalte nicht importieren, das steht dann als Überschrift auch hier oben drüber und wird bei mir jetzt auch nicht importiert. Mehr brauche ich eigentlich auch nicht ausblenden und dann habt ihr noch die Möglichkeit natürlich zu sagen, okay, ihr klickt hier rauf und könnt einfach schon festlegen, dass es sich um ein Datumsfeld handelt. Dann heißt es, ihr könnt hier raufklicken und ihr seht T für Tag, M für Monat, J für Jahr und falls die Reihenfolge anders sein sollte, könnt ihr das entsprechend hier einstellen. Auf der rechten Seite genauso, ich habe hier hinten auch nochmal das mit dem Datum, könnte das jetzt hier so eintragen, legt das damit einfach knallhart fest. So, was haben wir noch? Und zwar, klar, jetzt die Sachen, die hier oben stehen, das kennt ihr vielleicht selber, wenn ihr in der Tabelle seid, könnt ihr ja mit der rechten Maustaste Text formatieren oder Zelle formatieren. Und wenn ihr da raufklickt, dann seht ihr ja in dem Registerblatt habt ihr ja die Möglichkeit, sozusagen alles einzustellen, Text, Datum und so weiter, Benutzer definiert und so weiter. Und das sind sozusagen solche Möglichkeiten hier. Wir sind damit eigentlich auch schon fast fertig. Eine Sache können wir noch machen und zwar, wenn wir hier auf weitere gehen, könnt ihr zum Beispiel festlegen, dass zum Beispiel Dezimaltrennzeichen, also wenn ihr zum Beispiel Nachkommastellen habt, dass die, ja, ich sage ja Kommastellen, Nachkommastellen, dass wir zum Beispiel festlegen, dass die Dezimal, also die Normalzahlen und die Dezimalzahlen zwischen einem Komma, also mit einem Komma getrennt werden und nicht durch einen Punkt, so wie die Amerikaner das, glaube ich, machen. Und beim Tausender-Trennzeichen, das heißt, wir können zum Beispiel gleich auch festlegen, dass eben, ja, Tausender-Trennzeichen eingetragen werden. Ich schließe das jetzt mit OK ab und sage jetzt schon Fertigstellen. Wir bekommen dann noch ein kleines Dialogfeld und hier wird natürlich gefragt, wo wollen wir jetzt die Daten hinhaben. Standardmäßig ist das so, dass mir das jetzt im aktuellen Arbeitsblatt angeboten wird und zwar in Zelle A1, also ab Zelle A1. Der Rest wird natürlich dann hier so eingetragen. Aber ich kann auch zum Beispiel sagen, ich möchte das Wonders haben und könnte hier draufklicken und dann steht natürlich hier der Bezug zu dieser Zelle direkt hier darin. Und dann würde der sozusagen jetzt hier anfangen, das einzutragen oder zu importieren. Ich kann auch sagen, ich möchte ein neues Arbeitsblatt haben. Dann klicke ich hier einfach rauf und wenn ich dann importiere, dann erstellt der sozusagen ein neues Arbeitsblatt. Ich möchte das aber ins Bestehen da haben, klicke hier nochmal ganz kurz rein, markiere das und gehe hier nochmal rauf. Und dann ist das Tabelle 1, Tabelle 1 und zwar A1, also Zelle A1 als absoluter Bezug. Und jetzt kann ich das Ganze schon mal importieren. Ich klicke auf OK und alle Daten sind genau so da, wie ich das haben will. Ich habe ja gesagt, die Datei ist momentan verbunden mit der CSV-Datei. Das heißt, wenn sich da etwas ändern würde, dann würde sich das hier auch in der Tabelle bemerkbar machen. Dass die Verbindung besteht, kann man sehen, indem man hier, wenn man im Registerblatt Daten ist, auf Verbindungen klickt. Und dann seht ihr hier, hier sind die Verbindungen. Und jetzt könnte man zum Beispiel sagen, okay, er soll mir die Daten aktualisieren. Und ich werde zwar jetzt mal da raufklicken, das machen wir, dann bekommen wir einen Dateimanager angezeigt. Aber ich werde jetzt mal so frech sein und die Daten oder einen Teil der Daten jetzt einfach mal in der Datei ändern. Ich klicke hier rauf, rechte Maustaste und öffne das Ganze mal mit dem Editor. Und dann bekomme ich das so angezeigt. Und wenn wir hier oben mal schauen, ihr seht Vorname, Nachname, MW für männlich und weiblich. Und wenn ich diese Datei jetzt hier ändere, und das mache ich jetzt einfach mal. Ich klicke hier einfach mal auf diesen Bereich hier, markiere mir das. Aber wichtig ist, dass ihr natürlich innerhalb der Tabulator Bereiche seid. Ihr seht, der springt dann auch gleich darüber. Und ich lösche mal dieses MW und schreibe jetzt einfach mal Geschlecht. Und zack. Und Straßenname, da lösche ich was und schreibe einfach nur Straße. Und Nachname, da mache ich jetzt einfach mal Name draus. Zack. Ihr seht, die Originaldatei habe ich jetzt geändert. Bei Dorfstraße können wir jetzt mal was anderes schreiben. Nehmen wir mal was Lustiges. Ananasstraße mit 3S. Okay. Aber, okay, ich speichere das jetzt mal ab. Datei speichern. Schließe das Ganze hier. Und wir waren ja dabei, das zu importieren. Also zu aktualisieren sozusagen. Und ihr achtet nochmal hier oben drauf. Ich importiere das Ganze. Alles wird aktualisiert. Ihr seht, Straßenname, Straße, Geschlecht wurde geändert. Und hier haben wir ja auch unsere Ananasstraße. Ihr seht, so einfach ist das. Das heißt, wenn die Datei halt geändert wird, ändert sich das auch hier. Wenn man das nicht möchte und möchte das wirklich jetzt separat behandeln, dann könnt ihr hier einfach raufklicken und das entfernen. Das heißt, die Verbindung wird gelöscht. Das ist ganz wichtig. Weil jetzt, wenn wir das machen und ich mache das jetzt einfach mal, meckert natürlich Excel. Also meckert nicht, aber gibt uns auf jeden Fall eine Warnung oder ein Hinweis, dass jetzt die Verbindung getrennt wird. Und wenn wir das jetzt wollen, klar, dann machen wir das mit OK. Die Verbindung ist nicht mehr da. Und das heißt, selbst wenn sich die Originaldatei jetzt ändern würde, bleibt das alles so, wie wir das als letztes hier mit Excel abgespeichert haben. Das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe, der eine oder andere konnte mit dem Tutorial anfangen. Ich würde mich jedenfalls freuen. Ich freue mich über einen Daumen hoch natürlich wie immer. Und wenn ich euch bei weiteren Tutorials von mir dann wieder sehe. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.